Additive Fertigung. Vielleicht erst mal, bevor wir einsteigen in das Thema und ich den Arbeitskreis näher vorstellen möchte, um was es geht, vielleicht zwei, drei Worte zu mir, mit wem haben Sie es denn eigentlich hier zu tun? Oder wer ist denn eigentlich der Rot? Jetzt mal kurz gucken. Hier sehen Sie mich mal, also rechts noch in jungen Jahren, auch bereits schon mit der Begeisterung für den Kunststoff in die Wiege gelegt oder wie man sieht, unschwer. Das hat sich fortgepflanzt mittlerweile. Dann habe ich ein Studium der Kunststofftechnik, habe an der Fachhochschule in Ulm studiert und in Chemnitz. War dann 15 Jahre im Bereich der Kunststofftechnik tätig, also im Automobilbereich, bin bei nun Hummel in Lüttwigsburg, dort Ansaugrohre entwickelt, Spritzgießimulationen gemacht, sehr viel Verzugsanalyse. Und in meiner letzten Station war ich in Melsungen bei der BV Melsungen AG, Medizintechnikunternehmen, und habe mich mit der Entwicklung von Medizinprodukten beschäftigt. Wie man dort unten sieht, beispielsweise solche Infusionspumpen oder auch medizinische Einmalartikel. Da ging es viel um das Thema Materialauswahl, Materialoptimierung und Produktentwicklung. Das waren die Themenfelder. Seit 2017 an der Hochschule in Schmalkalden, berufen für das Lehrgebiet Produktentwicklung, begleite dort die Vorlesungen im Studiengang Maschinenbau und angewandte Kunststofftechnik und beschäftige mich im AKT zusammen mit dem Thomas Seul im Labor für angewandte Kunststofftechnik mit dem Thema additiver Fertigung im Wesentlichen. Daneben haben wir noch ein paar andere Aktivitäten. Ich bin beispielsweise im VDI-Arbeitskreis, Kunststoffe in der Medizintechnik der Obmann. und ein letztes Thema, was wir gemacht haben, beispielsweise war auch eine Richtlinie für Kunststoffe in der Medizintechnik auszuarbeiten. Das sind vielleicht mal so zu meiner Person zwei, drei Worte. Wo kommen wir her? Wo bin ich gerade im Moment? Ich komme, wie gesagt, seit 2017 zusammen mit dem Kollegen Seul im Labor für angewandte Kunststofftechnik, was Sie sicher schon kennen oder auch schon vom Thomas Seul gut kennen, wo wir uns mit der Kunststoffverarbeitung, mit der Kunststofftechnik beschäftigen, aber immer in dem Fokus nicht das Verfahren zu haben, sondern von dem Produkt her kommen. Das heißt, am Anfang steht das Produkt, die Anwendung und darum herum soll das entsprechende Verfahren und auch das Werkzeug dann entstehen. Vielleicht, was wir da machen, ganz kurz. Also wir beschäftigen uns, deswegen ist das auch dieses Doppelgespann. Thomas Seul und ich ganz, ganz faszinierend. Thomas Seul herkommt von den Werkzeugen, von den Werkzeugen, als Spritzgießwerkzeugen und ich von der Basis Material, Materialprüfung, additive Fertigung. Das sind die Themenkomplexe, die wir in dem Labor für angewandte Kunststofftechnik erarbeiten. Ich habe Ihnen mal ein kleines Beispiel mitgebracht, wo wir gerade mal, gerade im Bereich der additiven Fertigung gerade dran sind, ein Projekt zu entwickeln. Hier geht es darum, beispielsweise einen Nextruder, ein besonders Kurzschneckenprinzip für eine materialschonende Verarbeitung auf einen Fünffachsroboter zu bringen und damit additiv zu drucken. Für Beispiele, die Sie hier sehen, wie beispielsweise solche Orthesen für Wirbelsäulenverkrümmungen oder auch chirurgische Instrumente speziell auf den Benutzer angepasst. Das sind Themen, wo wir gerade dran sind, also wo wir auch mit Firmen zusammen dort Sachen aufstellen. Wer da Interesse hat, kann mich auch noch mal später darauf ansprechen. Jetzt möchte ich aber mal in den Arbeitskreis additive Fertigung einsteigen. Was haben wir für Ideen und was haben wir vor, was wollen wir im Arbeitskreis machen? Additive Fertigung, ich denke, ist ein Thema, ein Schlagwort, was schon fast durch die Straßen getrieben wurde in den letzten Jahren, nachdem es, sage ich mal, eigentlich schon seit Jahrzehnten unterwegs ist. Ich glaube, ich habe die ersten Berichte über additive Fertigung Anfang der 90er Jahre gelesen. Aber in den letzten Jahren hat das unheimlich an Aufmerksamkeit gewonnen. Und ich habe Ihnen mal so einen Chart mitgebracht, das habe ich gestern mal rausgesucht. Das war so die Prognosen, wie man sieht, okay, wie wird sich denn, wie wird beispielsweise das Marktvolumen in einer additiven Fertigung zunehmen? Und dann sieht man halt Luft- und Raumfahrt, das ist dann halt eine Verzwanzigfachung, wird hier fast gedacht, bei der Medizintechnik ähnlich. Also man erhofft sich eigentlich so in den nächsten 10, 15 Jahren da einen unheimlichen Boost und Anschwung in dem Bereich der additiven Fertigung. Jetzt würde ich aber gern mal so, bevor wir jetzt weitergehen, so mal eine Umfrage bei Ihnen starten und Sie mal fragen, wie Sie denn additive Fertigung nutzen. Und dazu nutzen Sie meine Idee, nutzen Sie einfach den Link, den Sie hier sehen über Menti.com. Dann kommen Sie direkt jetzt auf eine Umfrageseite oder alternativ können Sie auch den QR-Code hier direkt über das Handy einscannen und mussten dann direkt auf der Menti-Seite landen, wo Sie kurz Ihr Feedback abgeben können dazu. Der Link steht auch noch mal in der Bestätigungs-E-Mail mit drin, die Ihr vor zusammen mit dem Zoom-Link bekommen habt. Korrekt. Ich stoppe dazu mal meinen Bildschirm. Schicke Ihnen auch noch mal den Link, stelle ich Ihnen auch noch mal ins Chat rein. Manchmal kann manche, nehmen sich den ganz gern auch aus dem Chat heraus. Da haben Sie auch noch mal im Chat drin. Und dann gucken wir uns mal gemeinsam, die Menti-Homepage an. Da tut sich schon was, sehe ich. Ich teile gerade mal meinen Bildschirm dazu. Da müssen Sie schon die Auswertung sehen. Also es verschiebt sich gerade noch so ein bisschen. Ja, funktioniert. Also wir sehen circa 75 Prozent. 30 haben schon abgestimmt. Wir haben, also es schiebt sich schon so in die Richtung 3. 75 Prozent nutzen das in Unternehmen, 23 Prozent nutzen es noch nicht. Das ist ganz spannend. Wir schauen mal in eine Umfrage rein, die ich dazu mal gemacht habe, die ich mir mal gezogen habe dazu. Dazu muss ich den Bildschirm noch mal wechseln. Gehe wieder auf die Präsentation. Wo habe ich den Bildschirm? Kleinen Moment. Wir sehen jetzt gerade das PowerPoint im Bearbeitungsmodus. Ja, das will ich. Ich will Ihnen das schöne PowerPoint zeigen. Aber das gibt er mir nicht mehr in der Auswahl her. Kleinen Moment. Ich gehe noch mal raus. Ich mache es noch mal auf. So, da haben Sie ihn wieder. Gut. Das sind Sie. Das war eine, jetzt müssten Sie das PowerPoint wieder sehen. Das war eine Veröffentlichung der Bitkom. Letztes Jahr. Und da stand sogar drin, da waren wir bei sagen 67 Prozent, 70 Prozent der Unternehmen ungefähr, dass sie es noch gar nicht nutzen. Also das Bild, was Sie zeigen, was wir heute jetzt gerade sehen bei Ihnen mit 75 Prozent, sind schon dabei beim Thema Nutzen, ist doch schon deutlich mehr, als einfach was das Gesamtbild der Industrie angibt. Und das ist für mich aber auch so ein Treiber, wenn ich auf dieses Gesamtbild schaue, was die Industrie heute nutzt, ist das eigentlich noch zu wenig gegenüber den Prognosen, die sie hat. Also wir prognostizieren zwar ein durch die Decke gehen der additiven Fertigung, aber Fakt real ist, dass es gar nicht so viele Unternehmen nutzen. Deswegen freue ich mich auch, dass hier so viele Unternehmen schon mit dabei sind und dieses Thema nutzen. Und jetzt würde ich Ihnen gerne mal auch mal fragen in der nächsten Frage, gehen Sie noch mal auf Ihr Mentimeter und schauen Sie noch mal, wie nutzen Sie denn additive Fertigung? Und da würde mich gerne interessieren, einfach mal, dass Sie zwei, drei Stichwörter reingeben, wie Sie additive Fertigung nutzen. Vielen Dank. 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 Jetzt möchte ich wieder zurück in die Präsentation gehen. Vielen Dank. Das ist auch schon ein Werkzeugbau, aber eigentlich noch zu wenig, wenn man die Prognosen sich anschaut, die wir hier haben, also die Prognosen, wo wir sagen, es geht eigentlich steil bergauf. Und da möchte ich auch mit dem Arbeitskreis oder da wollen wir vom VDWF mit dem Arbeitskreis reingehen in das Thema additive Fertigung. Und das war auch unsere Idee, warum haben wir diesen Arbeitskreis gestartet. Die Idee war einfach zu sagen, wir wollen mit dem Arbeitskreis mehr Raum geben für die additive Fertigung im VDWF einfach auch ein Plenum schaffen, im Forum schaffen für den Austausch. Und das ist eigentlich so das Wichtigste, was diesen Arbeitskreis ausmachen soll. Wir möchten da Leute zusammenbringen, die sich mit additiver Fertigung auseinandersetzen, die sich damit beschäftigen, die vielleicht auch sehr viel tief drin sind und auch natürlich Leute, die sagen, ich habe noch gar nicht so viel Berührpunkte oder ich weiß gar nicht so richtig, ist additive Fertigung was für mein Werkzeug oder Prototypenbau und wo kann ich ihn denn einsetzen. Das ist auch das, was ich auch immer erlebe an der Hochschule. Und es kommen immer wieder Firmen zu uns an die Hochschule und fragen, ja, ich lese additive Fertigung, additive Manufacturing, das ist wichtig, das ist eine Zukunftstechnologie. Was kann ich denn da machen oder wo kann ich mich denn da finden? Also vieler liest, wenn man da einsteigen will, geht man über die Form Next oder über die Repetech, findet 25.000 Anbieter, sage ich mal, und dutzende Verfahren und geht am Ende, wenn man neu ist, auch orientierungslos auf der Halle wieder raus mehr oder minder. Und das ist eigentlich auch, ist zum Beispiel für solche Leute, die in den Bereich dort reinkommen oder sich damit beschäftigen möchten, auch da ein Plenum zu finden für den Austausch und sich Informationen auch abzuholen, ohne dass die Info einen erschlägt. Und das möchte ich gern mit diesem Arbeitskreis bewirken, zu sagen, okay, sich auszutauschen, Experten, Einsteiger, Experten untereinander, Experten mit Einsteiger, Neues kennenzulernen, auch neue Entwicklungen zu zeigen, sich anzuschauen, durchaus auch herzugehen, zu sagen, okay, wenn jemand ist, der schon sehr viel macht oder im Bereich einer konturnahen Kühlung beispielsweise schon sehr viel macht, zu sagen, okay, wir mal die Möglichkeit zeigen, wie mache ich additive Fertigung, wo setze ich es denn ein, also auch mal vor Ort sich Sachen anzuschauen, durchaus auch mit einem Thema gespickt mit Informationen, mit Beiträgen in den Bereich zu gehen, auch in Institute zu gehen, die relativ viel machen, also auch so einen Link zur Wissenschaft, zur Forschung und zur Anwendung zu finden, das ist so die Idee. Und mir geht es eigentlich darum, einen Arbeitskreis zu bilden für den Anwender, additive Fertigung für den Anwender, also für jemanden, der es benutzt, durchaus auch, dass da ein Werkzeughersteller dabei ist, durchaus ein Maschinenhersteller dabei ist, aber mir geht es immer darum zu sagen, wir wollen das um die Anwendung drumherum diesen Arbeitskreis stricken. Das ist mir aber, kann ich nicht ohne Ihre Hilfe machen und deswegen ist mir heute auch das so ein zentrales Thema des Arbeitskreises zu sagen, okay, wo können wir denn einsteigen in den Arbeitskreis oder was könnten Themen sein und wie kann ich für diesen, bei diesem Kick-Off heute mitnehmen auch, in welche Themen wir reinsteigen sollen, welche Konzepte wir entwickeln sollen, einfach um den Arbeitskreis mit Leben zu füllen. Weil die Idee ist schon zu sagen, einen lebenden Arbeitskreis zu sagen, wo Sie eine regelmäßige, eine Regelmäßigkeit drin haben in Form zu sagen, wir machen regelmäßige Treffen oder wir machen ein regelmäßiges Seminar oder auch ein regelmäßiges Online-Seminar, das könnte durchaus sein. Dazu möchte ich jetzt, brauche ich jetzt auch nochmal Ihre Hilfe und habe drei, vier Themengebiete unter diesem Link vorbereitet. Also das ist ein Padlet, das ist mehr oder minder ein schwarzes Brett, was Sie gleich sehen. Das ist ein weißes Brett in dem Fall, eine Art Whiteboard. Und dort habe ich verschiedene Themenfelder für Sie schon mal vorbereitet. Nutzen Sie den Link. Ich gebe Ihnen auch gleich nochmal den Link in den Chat rein. Steht wie gesagt auch in der E-Mail drin, die alle Teilnehmer erhalten haben. Genau, genau. Ich stoppe dazu mal die Transformation. Ich gebe Ihnen den Link in den Chat rein und gehe mit Ihnen mal gemeinsam auf diesen Padlet-Link. Jetzt müssen Sie ihn sehen. Den Elf-Uhr-Loch-Link. Sie sehen da vier Themenfelder, die ich Ihnen eröffnet habe. Ein Themenfeld ist mir, was erwarte ich mir vom Arbeitskreis. Da wäre es schön, wenn Sie wie eine Art Post-Ad da hinpinnen und sagen, ich habe mich heute hier eingewählt und ich habe eine gewisse Erwartung. Und das würde ich mir wünschen vom Arbeitskreis oder so da. Das ist so, was mich bewegt oder was mich antreibt, dann auch zu diesem Arbeitskreis teilzunehmen. Dann eine klassische zweite Spalte Themenfelder. Also welche Themen interessieren mich? Das wäre für uns wichtig zu gucken, okay, in welche Themenfelder soll es denn so reingehen? Und dann der dritte Block ist, wie wollen wir uns organisieren? Also was ist mir denn lieb so als Teilnehmer? Reicht mir das, wenn ich das rein online mache? Oder sind mir Treffen vor Ort wichtig? In welcher Regelmäßigkeit wäre das für mich denn machbar oder abbildbar? Das wären so die Themen. Und dann habe ich noch die vierte Spalt. Das ist die klassische, was ich noch loswerden möchte. Was mir gefällt oder wo, Raum für weitere Kommentierungen. Das Ganze sehen Sie schon, ist anonym. Sie können, wenn Sie wollen, auch Ihren Namen noch dahinter schreiben. Aber sollte erstmal, möchte ich erstmal das Ganze als anonymes, durchaus Mittel darstellen. So, jetzt muss ich mal selber drauf gucken. Ich muss es mir mal so reduzieren, dass ich es sehen kann. Ich sehe schon, das füllt sich langsam. Das ist gut. Bei Studenten ist das nicht immer so. Die sind da durchaus zögerlich. Das werden Sie mal was reinschauen. Ja. Also Netzwerk. Ich gucke mal, fange mal so langsam an und versuche das zu kommentieren, was wir hier sehen. Was erwarte ich mir vom Arbeitskreis? Austausch, spannende Projekte. Verstehen, welche Information die Industrie benötigt. Technologie-Push, Netzwerkaustausch. Business Case. Ich lasse das auch noch, dieses Padlet, das ist vielleicht noch als Information eine Weile stehen. Also, Sie können auch noch im Anschluss da was reinschreiben. Es werde, durchaus werde ich auch mal einen Kommentar dazu schreiben. Und vielleicht so, wenn ich das nicht ganz verstanden habe oder so, durchaus, dass ich auch sage, okay, können Sie das nochmal ein bisschen erläutern oder um was geht's? Einfach noch, das kann durchaus, also das Board lebt noch eine Zeit lang. Einfach, was mir jetzt, wenn einem später nochmal im Nachgang was einfällt, kann man sich da auch nochmal austauschen auch. Aber wir sehen, es geht viel um Netzwerk. Netzwerkaustausch, Kontakte, Business Cases, Eruierung, Netzwerk. Genau, Definition der Interessenfelder, Technologie vorantreiben. Sie können durchaus auch ganz konkrete Themen reinschreiben. Also, da haben wir Konstruktionsleitfaden. Das ist spannend, da bin ich gerade mit dem Unternehmen dabei, sowas aufzusetzen für 3D, für 3D-Druck. Das ist aber auch genau das Thema, das bewegt auch andere Firmen. Ich bin gerade mit einer Firma unterwegs, die beispielsweise sagt, okay, für Flechteile, Fertigung, da wissen wir, wie wir konstruktiv vorgehen, aber bei 3D-Druck noch nicht. Simulation von optimierten Werkzeugen, wahrscheinlich reden Sie nicht Kühlung. Materialentwicklung, FDM, auch spannendes Thema. Kunststoff und Metall, das ist auch ein gutes Thema. Kunststoff und Metall, es ist immer so gefühlt manchmal so eine Trennung im 3D-Bereich. Da gibt es die Leute, die Metall drucken und die Leute, die Kunststoff drucken. Und für den Arbeitskreis möchte ich da auch gar keine Trennung ziehen, weil beides sind Verfahren, die wir am Ende brauchen, um etwas zu realisieren, um eine Anwendung zu realisieren. Manchmal ist es der Metalldruck, manchmal ist es im Prototypenbau auch nur der Kunststoffdruck. Also da werden wir auch für beides da sein. Da geht es viel um Werkstoffthemen, Verschleiß, Standzeit, Grenzen, Benchmark der Verfahren. Da kann ich auch noch was sagen zu Benchmark. Da wird der Steffen Ritter auch nochmal im Elf-Uhr-Lochen eine Post, ein Thema adressieren, also nochmal die Verfahren zeigen und gegenüberstellen. Halten Sie da mal die Augen auf. Steffen Ritter, mit dem habe ich gestern gesprochen, der hat gesagt, okay, ich bin auch mit dabei beim Arbeitskreis. Das heißt, wir haben da auch noch ein bisschen mehr von anderen Hochschulen, auch noch ein bisschen Feedback zu dem Thema und Input. Erfahrungen mit Herstellern, verschiedene Technologien, Anwendungsfelder, Simulation, wo geht die Reise hin? Werkstoffe, ja. Ja, also das ist schon, es sind schon eine ganze Reihe ein Thema. Das ist gut, das hilft uns sehr zu gucken, wo kann es hingehen? Wie wollen wir uns organisieren? Mission Online zum Start, regelmäßige Video. Einmal pro Monat per Webmeeting. Ja, gelegentlich vor Ort, generell online. Online, um viel Zeit und Kosten zu sparen. Das ist schon, da zeigt sich schon mal ein Trend in Richtung Online. Das nehme ich so mit. Online mal ergänzt um Präsenzveranstaltungen, punktueller Art, finde ich aber, hört sich so für mich schon ganz praktikabel an. 3D Summit in Schmalle. Ja, ist auch eine Form, ist eine schöne Idee, nehme ich mit. Sondierung in Interessengruppen. Gut, aber das ist schon mal, für das Elf-Uhr-Loch ist das mir schon mal, ist das schon mal eine wichtige Sammlung, eine wichtige Input-Sammlung, die ich jetzt noch weiternehmen möchte. Wie gesagt, nutzen Sie das noch eine Weile, schreiben Sie gerne auch dezidierte Themen rein, die Sie interessieren. Schreiben Sie auch mögliche Partner rein, die Sie sich wünschen, sagen, der sollte vielleicht mit dabei sein. Aber ist für mich so ein Startpunkt jetzt auch, und das war mir wichtig heute auch für den Arbeitskreis, einfach hier zu sagen, ich sammle hier mal Sachen ein, ich sammle Input ein, in welche Richtung es geht. Und daraus wollen wir jetzt im VDWF weiterhin ein Konzept stricken. Ich wechsle noch mal auf die Präsentation. Und möchte mit Ihnen eigentlich schon mich erstmal bedanken für Ihr Feedback. Also mir ist wichtig einfach für diesen Kick-Off, das war jetzt schon ein ganz kleiner Kick-Off, dass mir sowas nicht passiert wie Charlie Brown am Ende, dass man einfach beim Anstoß daneben tritt. Deswegen war mir Ihr Input wichtig, zu sagen, okay, zu gucken so mal in die Reise. Ich habe da Interesse, welche Themenfelder könnten angesprochen werden. Und mit den Ideen wollen wir jetzt einfach loslegen und daraus auch einen Arbeitskreis bauen. Und ich sage vielen Dank und würde jetzt auch gleich in die Diskussion einsteigen und möchte eigentlich schließen mit einem kleinen Zitat von Tom Peters, der mal in den 90er Jahren so einer der ersten Management-Bücher Innovation Cycle, also der Innovationszyklus geschrieben hat, was treibt uns in Zukunft voran. Ganz interessantes Buch, kann man sich mal zur Seite nehmen und mal lesen, weil er hat schon viel gut vorhergesagt, was heute eingetroffen ist bereits. Und er hat aber einen schönen Satz gesagt und er immer gesagt hat, whoever tries the most stuff, who wins. Also wer das meiste ausprobiert, wird zwar immer auch viel falsch machen, aber am Ende wird er gewinnen, weil er am meisten probiert hat. Und so will ich es eigentlich auch mit dem Arbeitskreis handhaben. Ich will viele Sachen ausprobieren. Ich freue mich auch für Feedback. Manche Sachen werden nicht funktionieren. Die können wir dann zur Seite legen, aber die guten, die funktionieren, werden uns dann auch alle was nützen. In dem Sinne, herzlichen Dank. Und jetzt würde ich einfach mal an den Herrn Dürrwächter übergeben und auch an Sie übergeben und sagen, lass uns mal vielleicht ein paar Inputs noch sammeln und ein bisschen diskutieren über das Thema VDWF, Arbeitskreis, additive Fertigung. Herzlichen Dank erstmal soweit. Ja, wir sagen erstmal herzlichen Dank, Professor Roth. Sie kriegen mit Sicherheit gleich auch noch ein bisschen Feedback über den Chat oder über die Tools, die Sie eingespielt haben. Einmal danke für den klasse Kickoff und auch für die basisdemokratische Einbindung aller Beteiligten, die mitmachen wollen. Und auch mal aus einem ganz anderen Blickwinkel danke für die Lehrstunde in Sachen, dass so Zoom-Meetings durchaus auch ziemlich interessant gestaltet werden können und nicht nur in irgendwelchen PowerPoint-Origien enden. Ja, danke. So, jetzt können wir gerne in die Fragen einsteigen, weil alle weiteren Termine findet ihr ja sowieso bei uns auf der Homepage. Ja, bitte nicht alle zugleich. Ihr könnt irgendwie virtuell oder händisch die Hand heben oder einfach euer Mikrofon anschalten und gucken, dass es vielleicht nicht allzu durcheinander geht, weil wir ja doch gerade in Spitzenzeiten bis zu 48 Leute waren in der Leitung. Der Herr Kadege hebt die Hand. Das müsste dieses Mikrofon sein. Hallo München. Ja, hören Sie mich? Ja. Ja. Ja, wir haben ja mit additiver Fertigung begonnen unserer Firma und sind dann in Richtung Werkzeugbau und Spritzkurs gewandert. Wir haben damals mit Städtografie begonnen, haben dann das Sint dann ausgelassen und machen jetzt FDM und bauen auch eigene Drucker für Spezialanwendungen, zum Beispiel sehr weiche Werkstoffe. Und sind jetzt auch sehr interessiert, was sich in Medizintechnik tut, weil wir da auch für eine Firma in Montabaur eine konstruktive Entwicklung machen. Also ich finde den Arbeitskreis sehr, sehr gut und er bringt uns alle weiter. Und ich bin auch gerne bereit, unsere Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, mit den und unseren Druckern, den eigenen Druckern auch, die wir gebaut haben, an die anderen weiterzugeben. Das gibt ja auch wenig Geheimnisse. Und ich finde, wir sollten das in dem Arbeitskreis auch, ja, ich kann da auch berichten, wo wir gerade drin sind. Also wir forschen auch ein bisschen. Wir sind ja keine Uni, aber Sie haben es ja auch gesehen, bei den Messen haben wir immer so einen Drucker, einen Eigenbau-Drucker immer dabei. Da interessiert es mich sehr, was auch der Professor Roth jetzt, an welchen Themen er arbeitet. Und es würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir uns da noch enger austauschen können. Ja, gerne, gerne. Also dafür ist das ja auch in der Arbeitskreis ein guter Einstieg für den Austausch und bilaterale Kontakte knüpfen einfach. Und das ist ja schon mal das Erste. Ich denke, Herr Kadeger, wir werden uns im Anschluss sicher nochmal unterhalten über die Themen dann auch. Und das ist ein guter Einstieg. Und wenn es mal auch mal in so einen Bereich Medizintechnik reingehen könnte, könnten wir auch mal ein Format machen, was ist in der Medizintechnik oder wie geht 3D-Druck in der Medizintechnik, wo muss ich drauf schauen? Oder was ist anders dort oder was ist auch gleich? Ja, danke. Wir haben übrigens nächste Woche, glaube ich, am Mittwoch, Herr Roth, auch nochmal ein Elf-Uhr-Loch mit Ihnen, wo es um Medizintechnik geht. Ja, da geht es ein bisschen. Danke nochmal für den Ball, den Sie mir zuwerfen. Also da geht es um das Thema, was macht Medizintechnik aus? Wie denkt ein Medizintechnikentwickler, wenn er ein Produktentwicklung, wie ist so sein Produktentwicklungszyklus? Und was bedeutet das für mich auch beispielsweise als Werkzeugbauer? Wie denkt er, in welcher Qualifikation denkt er einfach oder Verifikation? Und was bedeutet das für mich, wenn ich für einen Medizintechnik herstelle, ein Werkzeug baue beispielsweise? Da gehen wir da in das Thema ein bisschen rein. Okay, dann blicke ich in die Runde. Ist sonst noch jemand, der die Hand hebt? Der Dirk Falke. Schaltest du dein Mikro selber an? Nee, ich mache es. Ist an. Danke. Hallo zusammen. Hallo, Herr Falke. Spannendes Thema. Vieles haben Sie schon gesagt. Was mich so bewegt, ist die Begrifflichkeit der Verfahren. Da geht es also ganz gründlich durcheinander. Die Medien, die 0815-Medien haben das auch begriffen. Alles ist heute 3D-Druck. Es geht gerade gnadenlos durcheinander. Das wäre mal wichtig, dass man da irgendwie zu einer Begriffsbestimmung von dem Würstchenableger, also Strangableger. Das ist heute alles 3D-Druck. Es gibt ja wirklich 3D-Druck. Die wirklich 3D-Drucken. Also das wäre mir mal wichtig, auch bei den Bestellungen und so weiter. Geht da alles sehr durcheinander. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, man fängt ja nicht bei Null an. Ich nehme an, Dr. Paul Griesbach, kennen Sie? Ja. Der hat ja da ein wunderbares Werk schon verfasst und hat seinen Unruhestand, seine Rentnerzeit damit verbracht. Also es ist ja schon was da. Da könnte man drauf aufbauen. Und dann das Thema, wen wundert es, was der Dr. Griesbach und ich gemeinsam, wo wir immer wieder sporadisch dran arbeiten, ist das Thema Toleranzen. Denn es wird ja von dem Prototypenbauer erwartet, dass er mindestens die Toleranzen bringt, die im klassischen Spritzkurs gehalten werden. Was im Oberumzug ist, dort wäre es hilfreich, wenn man dort das, auf das zurückführt, was man erwarten darf. Den Prototypenbau, ich befasse mich damit auch sehr lange schon. Wir haben da auch ein bisschen was. Aber wenn ich es mal zusammenfassen darf, um die letzten drei Jahrzehnte, ist ja irgendwo immer, reichst du den Kunden den kleinen Finger, reißt er den ganzen Arm. Große Begeisterung, wenn ich hier in meinem Beratungsraum ein Teil auf den Tisch tue und man das schon mal anfassen kann. Zeichnung, diesen mag ja keiner mehr. Aber Teile anfassen schon. Und eine anderthalb Stunde später kommt die Idee, das in Serie unter Originalbedingungen einsetzen zu wollen, das Prototypen-Teil. Dann muss man natürlich kräftig auf die Bremse treten. Da muss man Erwartungen kanalisieren und so weiter. Also das wären schon umfassende Themen, die da anstehen würden. Kennen Sie das Buch, was der Dr. Grießbach verfasst hat? Ich kenne eins von ihm, das ist aber schon älteres, das habe ich mal gelesen. Ja, da hat er noch eins geschrieben. Und dann, weiß ich nicht, machen Sie jetzt den VDI-Ausschuss? Auch dort gibt es Bemühungen, das Thema Toleranzen beim 3D-Druck irgendwie fassbar zu machen, eventuell auch die 16.742 aufzubauen, das zu adaptieren auf den 3D-Druck. Ich brauche jetzt ja auch mal diesen Pauschalenbegriff. Das wäre natürlich sehr spannend und das würde mit diesem Einstufungsschema auch relativ leicht gehen. Das wären so Themen, weil dort sind immer die Erwartungen, dort gibt es auch relativ viel Streit, muss man auch mal so sagen. Ich habe einen 3D-Teil bestellt und jetzt ist das ja verzogen. Und jetzt sind ja da drei Zettel außerhalb der Toleranz. Wie kann denn das nun sein? Ich dachte, das kommt in Spritzkussqualität. Sowas hört man da immer wieder. Dort wäre schon noch viel zu, ja, zu kommunizieren, zu kanalisieren. Also das wären schon interessante Themen. Das ist ja ein Thema, das wir versuchen im Fachmagazin Additive Fertigung auch immer wieder zu adressieren, aufzuzeigen, dass es wichtig ist, zu schauen, wo macht eigentlich ein Serienansatz Sinn, bis wohin kann es gehen und ab wo kann man die additive Fertigung im Grunde eigentlich nur als Weg zur Serie betrachten. Und da spielt natürlich, stimme ich komplett zu, auch das Thema Nomenklatur, was Verfahren, was Werkstoffe, was Vorgehensweise, was Anwendungsbeispiele oder Anwendungsfelder angeht, eine ganz, ganz wichtige Rolle, damit man da auch die gleiche Sprache spricht und nicht irgendwo die falschen Erwartungen geschürt werden, was ja in der Vergangenheit leider sehr, sehr viel passiert ist und wo es viel Mühe erfordert, die Industrien, die möglichen Anwender darauf hinzubringen, dass sie verstehen, für welche Anwendungsfelder macht additive Fertigung Sinn, ab wo ist es vielleicht eher in einem zweistufigen Prozess für einen Werkzeugformenbau zu sehen, wo kann ich die additive Fertigung letztendlich dafür verwenden, um am Ende zu einem vernünftigen, schneller und besser zu einem vernünftigen Serienteil zu kommen. Ja, das Thema Toleranzen und Prototypen, schrägstrich additive Fertigung, ist ein offenes Feld. Also das eine, aber umso besser finde ich, dass es ein interessanter Themenkomplex geht ja auch in die Richtung ein bisschen Konstruktionsleitfahrt. Heißt ja auch, was kann ich denn realisieren überhaupt an Genauigkeiten? Was geben denn solche Verfahren her? Also dass man da einfach auch mehr Transparenz und mehr Gefühl dafür bekommt und so ein Themenkomplex durchaus innerhalb von so einem Arbeitskreis angehen kann. Zum Thema Vielfalt der Verfahren. Also das geht mir selber so, dass es schwer überhaupt noch die Verfahren alle irgendwo in der Hand zu halten. Wie gesagt, der Steffen Ritter hat das mit seinem Field Guide ganz gut gelöst. einen guten Ansatz dafür geschafft. Es gibt den VDI-Arbeitskreis, der sich dem Thema auch annimmt da. Genau. Und aber da muss man schon, also so ein Arbeitskreis hier, den wir hier machen, kann da durchaus Hilfestellung geben einfach auch. Es soll ja auch Hilfestellung für die Mitglieder und die Teilnehmer sein, zu sagen, wie kann ich mich da durch diesen Dschungel da durchkämpfen und da für mich selber eine Struktur kriegen. Ja, ich darf auch drum werben, wenn es irgendwo Anwendungsbeispiele gibt, die zeigen, wie man mit der additiven Fertigung vernünftig zu einem entweder einbaufertigen Teil kommt oder eben zu einem entsprechenden Werkzeug kommt, wendet euch gerne an mich für Veröffentlichungen. Wir zeigen das wirklich gerne, damit die Industrie einfach auch Beispiele aus der Praxis bekommt. Ich sage mal, die irgendwelchen Luft- und Raumfahrtteile, die jetzt jeder schon mal gesehen hat oder irgendwelche Motorhaubenhinges, ja, die kennt man nun schon. Und die Industrie sucht aber händeringend nach Beispielen, wo kann ich die additive Fertigung wirklich sinnvoll einsetzen. Und da braucht es einfach, ja, Anwendungsbeispiele, wo sich der eine oder andere eben selber wiederfindet, wo einfach sagt, ah, sowas ähnliches mache ich auch. Und dann versteht, okay, das ist auch für diesen Themenbereich oder für seinen Anwendungsbereich vielleicht ein gangbarer Weg, der ihm das eine oder andere Problem löst. Jörg, schreib doch bitte kurz deine Kontaktdaten in den Chat, dann hat sie jeder, der Kontakt sucht zu dir und kann dir dann das Material direkt schicken. So, jetzt war gerade noch jemand in der Leitung, der gefragt hat, ob wir ihn hören. Ja, das war Erik, hi. Hallo Erik. Erik sitzt im Auto und nimmt den Ball jetzt mal von Georg auf und der sagt, dieses Hinge ist ja schon so schön bekannt. Genau das war ja ein gutes Beispiel, wo wir alles implementieren konnten, was man so braucht. Und insofern gehe ich da mit euch mit. Solche Beispiele braucht man, die muss man zerlegen. Und wenn man sie zerlegt hat, dann kann man sie wieder adaptieren in andere Industrien. Nicht zu vergessen, Toleranzen sind ja auch nicht abhängig vom Verfahren, sondern abhängig von der Konstruktion. Also schlecht konstruiert bringt nie eine gute Toleranz. Und genau das ist der Punkt, den wir dort fassen müssen. Nämlich nimm ein Teil, nimm eine Applikation und bring das auf neue Applikationen. Nimm diese Beispiele, also eine Art morphologischen Kasten. Dann kriegen wir eine Sinnhaftigkeit raus. Gut. Geht auch wieder in die Richtung Konstruktionsleihfaden. Also wie konstruiere ich richtig, dass ich am Ende auch die Genauigkeiten kriege, die ich haben möchte? Oder die beste Genauigkeit oder die Toleranzen am besten abbilden kann? Ja, aber es ist eigentlich zu kurz gesprungen. Also wenn wir sagen Toleranzen, es ist das eine, dort müssen wir auf alle Fälle auch noch diese ganzen USPs aufnehmen. Also diese Alleinstellungsmerkmale, nur aus diesem Grund kann man AM machen. Also nicht, dass wir in den, gerade beim Spritzguss ist, wie häufig kommen dann solche Fragen, ebenso bei dem Motorhaubenscharnier. Wann bringen wir so etwas in Serie? So etwas bringen wir gar nicht in Serie, weil wir einfach diesen Vorteil des Additiv nicht genutzt haben. Und ich glaube, das könnte diesen Arbeitskreis ausmachen, dass man sagt, wir generieren etwas, was nur Additiv geht. Und dort ist nicht nur ein technischer Vorteil, sondern monetärer Zeit und so weiter, you name it. Okay, ich würde mal den Ball Richtung Oldenburg spielen wollen zum Ingo. Der streckt schon eine Weile, bevor seine Hand abfällt. Ingo? Mir geht es darum, also ganz kurz zu uns. Wir beschäftigen uns mit Planungs- und Organisationsaufgaben überwiegend im traditionellen Werkzeugbau. Wir haben aber schon seit vielen Jahren ein Auge auf die additive Fertigung, weil wir dort natürlich besondere Planungsproblematiken ausmachen konnten, die in der Einzelfertigung bisher eigentlich gar nicht so zutage getreten sind. Für mich ist eigentlich nur wichtig, wäre so etwas ein interessantes Thema für so einen Arbeitskreis, weil wir natürlich die Problematiken des Alltags auch noch sehr viel mehr brauchen. Ich habe es noch nicht ganz, ganz gepackt, was Ihr Thema ist. Kern ist eigentlich, dass wir halt aus den traditionellen Techniken wissen, wenn die kommen und sich aufbauen, dass man irgendwann mal merkt, dass die Anschaffung einer dritten Fräse nicht bedeutet, dass wir dreimal so viel Umsatz machen. Und das kann man eigentlich auch auf die additive Fertigung runterbrechen. Man kann sagen, okay, immer mehr Aufträge führen zu immer mehr Investitionsbereitschaft in diesem Bereich, also immer mehr Maschinen. Aber letztendlich bildet sich darum eine Organisation oder ein Muss an Organisation und Planung, das dann auch letztendlich dazu führt, dass diese Vergrößerung umsatztechnisch sich auch zumindest teilweise linear mit abbildet, mit dieser Vergrößerung. Sprich, es geht immer wieder um Organisation, um EDV-unterstützte Planung, um Alltagsproblematiken, wo die EDV helfen kann. Ja. Und da haben wir halt besondere Felder in der additiven Technik, sage ich mal, für uns entdeckt, wo wir sagen, Mensch, da hätten wir mit herkömmlichen Planungsinstrumenten Probleme. Da gibt es neue Felder. Nur um die eben ganz für uns zu beleuchten, sind wir auf Informationen angewiesen, aus Praxis und aus dem Alltag. Also das ist ein Thema, was ich auch so immer so mitnehme aus der Praxis. Natürlich, rechnet sich das denn? Ich subsumiere mal, wie komme ich denn, wie kalkuliere ich denn richtig, wie rechne ich denn richtig und wie Sie schon sagen, wenn ich dann mal in einen Bereich komme, ich habe, wie disponiere ich sowas auch? Also wie sind die betrieblichen Abläufe dann dazu am Ende? Ich glaube, in die Richtung soll es gehen dann. Und das ist durchaus auch natürlich ein Ansatz, wo man mal reingehen kann in das ganze Thema Planung, Abläufe, die ja doch anders sind bei der additiven Fertigung ein bisschen. Also auch andere Möglichkeiten eröffnen einfach, was man machen kann. Ja, genau, darum geht es. Gut, nochmal ein Blick in die Runde. Carlo, du hattest das Mikrofon offen, wolltest du auch noch was fragen? Oder war das Zufall? Ja, mir geht es einfach darum, dass wir so im Rahmen der Dienstleistung immer wieder damit konfrontiert werden, dass wir konventionell zu herstellende Teile auf den Tisch kriegen und sagen, so, die möchte ich gerne additiv haben. Und wir dann unseren Kunden sagen müssen, das macht überhaupt keinen Sinn, weil der Mehrwert in der additiven Technik nicht drin ist. Und die Erfahrung ist, dass wir dann Potenziale von additiver Technik optimal lösen können, wenn die Teile nicht nur additiv gerecht, sondern für die additive Fertigung konstruiert worden sind. Das heißt, das Potenzial, das wir additiv haben, können wir wirklich langfristig nur dann ausschöpfen, wenn die Teile mit ihren Funktionen für die additive Technik konstruiert werden. Das ist für mich noch ein komplett anderer Ansatz, der über das, was wir davor gehört haben, hinausgeht. Ja, da gehe ich mit Ihnen völlig mit. Das ist eigentlich der Ansatz, wo dann die additive Fertigung richtig zum Tragen kommt und ausspielt, dass sie einfach ganz andere Möglichkeiten einer Konstruktion bietet, die wir, sag ich mal, die vielleicht 20 Jahre oder 30 Jahre in einem klassischen Subtraktiv konstruiert haben, noch gar nicht so fassen können. Aber die muss man dann ausspielen. Also da tut sich auch viel zu sagen, wie kann ich denn CAD-gestützt additiv konstruieren? Also vielleicht weg, das ist jetzt aber nicht schon so in die Zukunft rein, weg von dem Thema, ich addiere und subtrahiere Klötzchen voneinander und Normkörper in einem CAD viel mehr in dem Bereich Daten erfassen, gewachsene Strukturen, Topologien optimieren über Algorithmen. Also da tut sich auch viel in dem Bereich einfach, wo sie dann so ganz andere optimierte Strukturen rauskriegen, die sie auch nur additiv herstellen können am Ende. Dann kommt die Technologie ja richtig zum Tragen. Okay, gibt es noch Fragen aus der Runde von Leuten, die noch nicht dran gekommen sind? Ich war schon mal dran, ganz kurz, würde gerne nochmal drücken, was der Ingo und der Professor Roth gesagt haben. Das ist schon spannend vom Durchlauf. Also wenn ich jetzt konturnahe Kühlung ein Werkzeug verkonstruiere, ich konstruiere in 3D, natürlich von der Kontur nach außen, ich habe meine Kontureinsätze fertig, dann kann ich die zum 3D-Drucken geben. Und in dem Moment, wenn der Konzeptionsdatensatz kommt und die Stückliste kommt, dann kriegt der auch schon die gesinterten Kontureinsätze geliefert und kann direkt mit dem Schlichten beginnen. Das ist schon spannend. Das verändert auch Prozesse und das bedient Beachtung. Ja. Das muss auch der Werkzeugmacher anders einplanen. Der fängt nicht an, außen drückt rum zu schrubben und mal ein Loch rein zu bohren oder so, sondern der kann die Schlichtelektroden bereit haben. Wenn er den Einsatz hat, kann er los schlichten reduzieren. Das ist völlig anders. Das sind genau die Prozesse, die wir verstehen müssen. Ja, genau. Gut. Noch jemand, der die Hand hebt? Ist es so still oder bin ich nur noch alleine da? Es sind alle noch da, ich glaube. Der Herr Kadecke wollte noch was sagen. Machen wir den noch mal kurz. Die sind an. Ja, das war sehr interessant jetzt auch. Wir arbeiten ja seit sehr lange jetzt mit Addisierter Fertigung. Also es ist so, man muss wirklich das unterteilen. Einmal die große Gruppe mit den Metallverfahren, Metallzintern. Da gehört auch eben diese konturnahe Kühlung dazu für den Werkzeugbau. Und wir sind ja Werkzeugbaulastig hier beim VDWF. Aber natürlich auch Spritzkuss. Beim Spritzkuss ist dann diese andere Gruppe, dass man da vorab eine Absicherung macht von Serienteilen über Kunststoffteile. Kann man auch Sintern, Kunststoff Sintern oder mit dem FDM machen. Das sind die großen Felder. Und jetzt geht es aber auch dahin, dass man jetzt auch schon Kleinserien macht. Das heißt, kein Spritzkuss, sondern der Kunde will halt nur 200 Teile und da macht man kein Werkzeug. Da macht man gleich alles komplett mit dem FDM zum Beispiel. Diese großen Gruppen und die einen arbeiten halt nur im Werkzeugbau, braucht Konturen, Erkühlung etc. Die anderen arbeiten eher im Kunststoffbereich. Man muss das schon trennen. Da sind ganz unterschiedliche Anforderungen da. Und wo wir jetzt momentan die größten Probleme haben, sind die Werkstoffe. Wir haben von der Genauigkeit teilweise zwei Hundertstel hinbekommen, wenn das natürlich auch entsprechend konstruiert ist. Aber das Problem war dann, dass die Kunststoffe, die man hier verwendet, eben nicht das Gleiche sind wie bei einem Kunststoffspritzkuss. Und das ist das größte Problem. Da muss man einiges mal tun, dass man da bei den Werkstoffen noch Forschung reinsteckt. Und auch die Angaben, die wir oft haben von den Filamentherstellern zum Beispiel, die stimmen oft nicht. Wenn man dann selber das Ganze mal in Temperaturofen tut, dann sieht das ganz anders aus. Also da ist auch einiges, was man hier miteinander klären muss. Und da gibt es auch schon Erfahrungswerte. Aber da muss man auch viel Forschung machen. Ja, das war mein Kommentar. Ja, da gehe ich mit Ihnen, was ich sehe. Also wie FDM-Filamenthersteller ihr Material spezifizieren. Das ist durchaus ein sehr weites Feld oder sehr breit gepasst. Und da ist auch so eine Frage, wie reproduzierbar ist das? Wie reproduzierbar ist die eine Filamentrolle zur nächsten dann auch? Also wenn er schon selbst wenig spezifiziert und dann noch, habe ich da noch Materialschwankungen drin und dann muss ich das versuchen abzufangen und soll das dann immer mit einer Genauigkeit herstellen. Aber da muss man auch noch, ist auch noch ein weites Feld und ein weißer Fleck auf der Landkarte. Okay, Leute. Ja. Unfassbar, wie schnell so eine halbe Stunde rumgeht. Aber die gute Nachricht ist nicht 5 vor 12, auch wenn die Uhr sagt, es ist 5 vor 12. Aber ich glaube, hier mit dem Arbeitskreis geht es jetzt erst richtig los. Danke nochmal nach Schmark Halden für rundum absolut mega gelungenen Kickoff und auch die kleine Parallellehrstunde in Sachen, wie man Online-Meetings so basisdemokratisch machen kann und Leute mit einbeziehen. Großes Kino. Vielen Dank. Ich fand es auch, war eine angeregte Diskussion. Wir haben jetzt viel eingesammelt und werden damit jetzt weitermarschieren und sie auf dem Laufenden halten. Sorry, was reingrätscht. Ja, kein Problem. Ansonsten noch, es sind auch einige Zulieferer der Branche mit dabei, Messeveranstalter und so weiter. Wer irgendwie Lust hat, sich mit einzubringen in dem Arbeitskreis, uns fällt mit Sicherheit immer wieder was ein. Kommt einfach auf uns zu. Wir sind da gern dabei. Dann wünsche ich euch einen sonnigen Tag. Eine schöne Woche, gute Grillergebnisse und auf bald im FU-Loch. Macht's gut. Ciao, ciao. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.